Alkaloide sind natürlich vorkommende, chemisch-heterogene, meist alkalische, stickstoffhaltige organische Verbindungen des Sekundärstoffwechsels, die auf den tierischen oder menschlichen Organismus wirken. Über 10.000 verschiedene pflanzliche, tierische oder von Mikroorganismen produzierte Substanzen werden dieser Stoffgruppe zugeordnet. Der Begriff wurde 1819 vom Hallenser Apotheker Karl Friedrich Wilhelm Meissner für alkalienliche Pflanzenstoffe wie Morphin, Strichnin und Solanin geprägt. Eine zufriedenstellende und allgemein akzeptierte Definition für den Begriff Alkaloid existiert jedoch bis heute nicht. Definitionen Der Begriff Alkaloid war ursprünglich eine allgemeine Bezeichnung für aus Pflanzen isolierte basische Stoffe. Später wurden Alkaloide auch aus anderen Organismen wie Pilzen und Tieren isoliert, so dass die Definition erweitert wurde. Des Weiteren wurde der Alkaloid-Begriff teilweise auch auf einige nicht basische Naturstoffe, wie beispielsweise das herbstzeitlosen Alkaloid Colchicin, das Capcicin des Cayenne-Pfeffers oder die Purin-Alkaloide-Koffein, Theophyllin und Theobromin ausgedehnt. Allen Alkaloiden ist gemein, dass sie direkt auf den tierischen und menschlichen Organismus charakteristische Wirkungen haben. Die meisten sind giftig und haben einen bitteren Geschmack. Die Basizität ist ein häufiges aber nicht essentielles Merkmal dieser Substanzgruppe. Basische Antibiotika wie beispielsweise Stratomycin, die auf Mikroorganismen wirken, werden in der Regel nicht als Alkaloide bezeichnet. Darüber hinaus sind alle Alkaloide Produkte des Sekundärstoffwechsels. Sie werden für den Grundstoffwechsel der sie bildenden Organismen nicht benötigt, sondern häufig als Schutz vor Fressfeinden eingesetzt. Basische Aminosäuren oder Pertide, welche Primärstoffwechselprodukte sind, werden daher nicht den Alkaloiden zugeordnet. Einige strenge Definitionen fordern, dass der Stickstoff Teil eines heterozyklischen, biogenetisch von Aminosäuren abgeleiteten Systems ist. Diese Definition gliedert beispielsweise die Protoalkaloide Ephedrin und Mescalin sowie die Pseudoalkaloide Konin und Koffein aus der Familie der Alkaloide aus. Auch Atropin ist als künstliches Rasmisierungsprodukt des Hyonskyamins nach strenger Auslegung kein Alkaloid. Geschichte Das erste isolierte Alkaloid war Morphin, das Friedrich Wilhelm Sertörner 1804 in Reinform aus Schlafmohn extrahierte. Der Begriff Alkaloide wurde 1819 von Karl Friedrich Wilhelm Meissner eingeführt. Mit der industriellen Produktion von Alkaloiden begann Emanuel Merck 1827 in Darmstadt. 1885 gelang dem Chemiker August Wilhelm von Hofmann erstmals die Strukturaufklärung und Synthese eines Alkaloids des Konins. Einteilung ZB ZB Die Strukturaufklärung nach Herkunft Alkaloide können auch nach charakteristischen Organismen, die sie produzieren oder nach Drogen, in denen sie enthalten sind, benannt und eingeteilt werden. Kurare Alkaloide ZB Toxifarin, Tubocurarin, Alcoronium, Mutterkorn Alkaloide ZB Ergotamin, Ergometrin, Opiat ZB Morphin, Kodein, T-Bein, Papaverin, Noscapin, Kryptopin, Win-K-Alkaloide ZB Win-Christin, Win-Blästen Eine weitere Einteilung der Alkaloide kann anhand von Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Biosynthese erfolgen. Dabei werden Alkaloide entsprechend den Aminosäuren geordnet, die als Stickstoffquelle in der Biosynthese genutzt werden. Von Asparaginsäure oder Lysin abgeleitete Alkaloide ZB Nikotin, Lupinin Von Glycin abgeleitete Alkaloide ZB Koffein, Theophyllin, Theobromin Von Histidin abgeleitete Alkaloide ZB Kilokapin Von Ornithin abgeleitete Alkaloide ZB Hyanschiamin Skopolamin Kokain Von Phenylalanin oder Tyrosin abgeleitete Alkaloide ZB Cochicin Morphin Kodein Papaverin Tubocurarin Berberin Von Tryptophan abgeleitete Alkaloide ZB Ergotamin Ergometrin Eimalin Reserpin Strüchnin Demgegenüber weist der Sammelbegriff Therpenalkaloide zu denen beispielsweise die Alkaloide Konin und Elkornitin zählen, auf die biogenetische Herkunft des Kohlenstoffgrundgerüstes aus dem Therpenstoffwechsel hin, Einteilung nach pharmakologischer Wirkung nach pharmakologischer Wirkung ZB Halluzinogene Gewinnung, die im biologischen Material hauptsächlich in Form ihrer Essig, Oxal, Milch, Wein, Elkornit oder Chinasäure, Salze. Seltener in Reinform oder als es davorliegenden Alkaloide werden auf klassische Weise durch Extraktion gewonnen. Das Verfahren der Extraktion hängt von den physikochemischen Eigenschaften der zu isolierenden Alkaloide ab. Für die Extraktion der meisten Alkaloide hat sich die Verwendung des polaren Lösungsmittels Methanol unter Zusatz von Essigsäure bewährt. Nach Eindampfen und Aufnahme in einem wässrigen sauren Medium können Fremdbestandteile wie Fette und andere lipophile Stoffe durch Extraktion mit dem lipophilen Lösungsmittel Ether entfernt werden. Für die Extraktion der Alkaloide aus der wässrigen Phase hat sich Chloroform nach Alkalisierung mit Natronlauge oder einer anderen geeigneten Base bewährt. Aus der Chloroformphase geht nach Trocknen und Eindampfen in der Regel ein Alkaloidgemisch hervor, das bevorzugt durch chromatographische Trennung aufgetrennt werden kann. Für die Isolierung von lipidunlöslichen Alkaloiden mit einer quartären Ammoniumstruktur kann eine Fällung mit Pikrin oder reiner Kelsäure durchgeführt werden. Alternativ dazu ist für zahlreiche Alkaloide eine Partialsynthese oder chemische Totalsynthese möglich. Die Herstellung von Alkaloiden über eine Partial- oder Totalsynthese findet insbesondere dann Anwendung, wenn die künstliche Herstellung gegenüber der Extraktion preisgünstiger ist. Ein Beispiel für üblicherweise synthetisch hergestellte Alkaloide ist das Theophyllin-Analytik. Als klassisches Nachweisreagenz für Alkaloide wird Dragendorf-Reagenz verwendet. In Gegenwart von Alkaloiden bildet sich ein Ionenpaar mit der Zusammensetzung Bi4-NHR3 plus das je nach Alkaloid als gelb-oranges bis braunes Präzipitat zu erkennen ist. Alternativ dazu werden auch Meyers-Reagenz, Silikowolframsäure, Wagners-Reagenz, Sonnenscheins-Reagenz, Iodoplatinat und weitere als Nachweisreagenz verwendet. Die Selektivität dieser Nachweisreagenzien variiert stark und ist innerhalb der Gruppe der Alkaloide begrenzt. Um die Selektivität zu erhöhen, werden sie in der Regel in Kombination mit chromatographischen Verfahren, wie der Dünnschicht-Chromatographie eingesetzt.